Wir finden hier zum Beispiel die Diehl-Stiftung. Sie hat ihre Hauptstadtpräsenz am Pariser Platz Nummer 6. Ihr Geschäftsbereich, Defense, setzte 2011 nach Berechnungen von Stipri etwa eine Milliarde Euro um. Ein Plus von 14% gegenüber dem Jahr 2010. Damit belegt Diehl Platz Nummer 4 unter den deutschen Rüstungskonzernen. Diehl produziert unter anderem Lennflugkörper, Marschflugkörper, Munition und Munitionszünder, aber auch Panzerketten. So rügt sich Diehl der Ausrüstung der fünf deutschen Korvetten mit Marschflugkörpern. Mit einer Reichweite von 250 Kilometern ermöglichen sie den Korvetten nicht nur den Beschuss von Schiffen, sondern auch von Zielen an Land. Diehl fertigt die Lennflugkörper für die Kampfhubschrauber Tiger und die Luftluft-Lennflugraketen Iris T für die Eurofighter. Wuuuuhh!